Die Lennarmor-Power in den Karten entdecken. Wolltest du schon immer mal mehr aus den Karten herausholen, dass du denkst, da ist doch noch mehr möglich? Dann hast du recht, denn es ist ganz vieles möglich mit den Lennarmor-Karten. Hilfreiche Antworten zu finden, Ratschläge, Probleme auch mal zu analysieren, wieso, weshalb stecke ich eigentlich fest und dann natürlich auch die Frage, was ist die Lösung, was hilft mir, wie komme ich voran. Aber auch weitere Spezialthemen und Legungen erwarten dich in der Lennarmor-Power. Ich möchte dir einfach verschiedene Legearten vorstellen, aus denen du auswählen kannst, was für dich vielleicht ein Spezialangebot ist für deine Kunden in der Lebensberatung oder wo du vielleicht für dich selber einfach die spannende Reise unternehmen möchtest, welche Antworten die Karten bei dem oder dem Thema für dich parat haben, dann bist du hier in der Lennarmor-Power genau richtig. Unter anderem erwarten dich halt neue Legearten, Legungen zum Üben. Das heißt, ich werde dir nicht nur Legungen vorstellen, sondern auch direkt ein, zwei Übungen anbieten, dass du das Ganze sofort ausprobieren kannst. Was ist noch dabei? Hier und da ein Video mit einem Tipp, wie, wo, was, warum kann ich es in den Karten deuten, ergründen, klar erkennen. Auch hier möchte ich dich ein Stück des Weges natürlich begleiten und dir Hilfen an die Hand geben, dass du es einfach leichter beim Deuten hast. Die Lennarmor-Power bietet also wirklich ganz viel Power, ganz viele Übungen, ganz viele Tipps, ganz viele Videos für dich. Doch damit das nicht alles auf einmal auf dich einprasselt, habe ich mir einfach überlegt, ich schicke dir eine E-Mail pro Woche. Also wirklich nur alle sieben Tage eine neue Info, mit der du dann eben üben kannst, auf den Link in der E-Mail klicken, auf die Webseite gehen und dir dort exklusiv die ganzen Infos dann im Video anschauen, vielleicht hier und da mal eine PDF downloaden, dir das Ganze ausdrucken. All das ist als Geschenke mit dabei. Hier und da stelle ich dir natürlich auch mal ein neues Buch von mir vor oder zeige dir die Karten, die es in meinem Verlag zu kaufen gibt und mit denen du eben leichter diese Antworten erkennen kannst. Aber natürlich kannst du auch jedes andere Lennarmor-Kartendeck verwenden und diese Deutungen einfach mal ausprobieren. Freuen wird es mich natürlich, wenn du auch mit meinen Karten arbeiten möchtest und dir das ein oder andere Kartendeck einfach gönnst. Ich habe die mystischen Karten, ich habe die Königsklasse und ich habe natürlich auch die ganz neuen Karten mit der Licht- und Schattenthematik. Auch das ist ein ganz besonderes Thema, nämlich jede Karte trägt sowohl einen positiven Deutungsaspekt als auch einen negativen in sich. Wenn du zum Beispiel Probleme ergründen willst, wieso stecke ich fest, warum ist das jetzt so, warum erlebe ich das immer wieder, dann kannst du mal auf die Schattenseite jeder Karte schauen. Wenn du hingegen Ratschläge geben möchtest, dann geht es ja um eine positive Deutung, weil als Ratschlag möchte man einfach etwas Positives mit auf den Weg bekommen. Was ist der nächste Schritt, was soll man tun, wie geht es weiter, wie kann man das Ganze in eine positive Richtung steuern. Hier deutest du alle Karten einfach positiv. Und um dir genau damit jetzt schon mal einen perfekten Start zu ermöglichen, habe ich als Willkommensgeschenk in der Lennemont Power genau diese Übersicht der Ratschläge. Also dass du einfach mal alle 40 Karten, ja bei mir gibt es 40 Karten, ich habe noch 4 Ergänzungskarten, die kannst du optional nutzen oder auch weglassen und nur mit dem klassischen 36 arbeiten, völlig egal. Jedenfalls kannst du mit dieser Übersicht die 40 Lennemont-Karten in ihrer positiven Deutung sehen und natürlich auch ausdrucken und dann einfach immer parat haben, wenn es darum geht, Ratschläge zu deuten. Und ja, noch viele solcher PDF-Geschenke und eben überhaupt Videos erwarten dich. Also ich würde mich freuen, wenn du jetzt zur Lennemont Power einfach dazukommst, einer der vielen Teilnehmer bist, die jetzt kostenfrei daran teilnehmen möchten, einfach dabei sein wollen, sich von mir, Angelina Schulze, begleiten lassen möchten und auf diese spannende Entdeckungsreise der vielen tollen Möglichkeiten in der Lennemont Power. Also wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe, dich angesteckt habe mit meiner Begeisterung fürs Kartendeuten, für die Lennemont-Karten, dann sei jetzt unbedingt dabei, trag dich hier rechts ein und dann geht es auch schon los. Und keine Sorge, in den Deutungsvideos rede ich etwas langsamer, damit du alles gut nachvollziehen kannst. Außerdem kannst du dir natürlich jedes Video auch so oft anschauen, wie du möchtest. Vieles davon ist wirklich exklusiv für die Leser meiner E-Mails, für die Teilnehmer der Lennemont Power, die einfach sagen, ja, ich bin dabei. Sag jetzt auch du, ja, ich bin dabei. Komm, sag es einmal laut, ja, ich bin dabei und ich trage mich jetzt ein. Alles, was nötig ist, ist deine E-Mail hier rechts einzutragen. Danach bekommst du eine Bestätigungs-Mail, wo du aus Datenschutzgründen einfach nur nochmal bestätigst, dass das auch wirklich deine Mail ist. Und dann bekommst du versprochen eine Mail pro Woche von mir mit Übungen und Videotipps und alles, was ich schon so erwähnt habe. Und solltest du irgendwann einmal sagen, ach, das hat jetzt gereicht, mehr brauche ich nicht, dann kannst du dich jederzeit mit einem Klick auch wieder austragen. Doch jetzt geht es ja erstmal ums Eintragen, um Dabeisein. Also jetzt hier rechts, trag dich ein, lass dich von meiner Freude und Begeisterung anstecken. Ich möchte dich begleiten, ich möchte dich überzeugen, dass Kartenlegen, Karten Deuten etwas Wundervolles ist, etwas Hilfreiches ist für dich und natürlich auch für die Leute, die du beraten möchtest. Dass du hier wirklich hilfreich zur Seite stehen kannst, ein Berater sein kannst, der eben auch eine Hilfestellung gibt und einem nicht einfach nur die Zukunft so an die Ohren klatscht, sondern eben wirklich mit Rat und auch Tag manchmal zur Seite steht. Also bist du neugierig, willst du dabei sein, habe ich dich schon angesteckt, dann trag dich jetzt hier unbedingt rechts mit deiner E-Mail ein und sei dabei und du bekommst sofort dein erstes Willkommensgeschenk. Und eine Woche später geht es dann richtig los mit weiteren Übungen und Videos. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe und Gute, Angelina Schulze. Und jetzt hier rechts eintragen. Nur so bist du dabei.